Hallo zusammen, heute ist Tag 2 auf Norderney und von dem schönen Wetter wie gestern keine Spur mehr. Wir haben bewölkt, absolut wechselhaft, mal fängt es an zu regnen, dann ist es windig, dann kommt kurz die Sonne raus, dann ist es wieder wärmer und zwei Minuten später Wolken, kühl, Wind, ja und ehrlich gesagt haben wir überhaupt gar keinen Plan für heute. Eigentlich sollte das Wetter so werden wie gestern, laut Wetter-App aber nichts da und Plan war ans Meer zu gehen, ein bisschen durchs Wasser zu laufen, spazieren, aber das werden wir nicht machen. Vielleicht werden wir in die Nähe des Wassers gehen, zum Hafen oder in die Stadt spazieren, also wir haben wie gesagt echt noch gar keinen Plan. Wir sind jetzt auf einem der Parkplätze in der Nähe der Stadt, der ist ziemlich groß und hier könnt ihr für 50 Cent die halbe Stunde parken, es ist nicht weit bis zur Stadt, nur kurz, jetzt gehen wir mal ein bisschen spazieren und rufen uns um, trinken noch einen Kaffee oder Cappuccino und schauen mal was wir heute machen. Hier sind wir auf dem Kurplatz von Norderney, gerade kommt die Sonne wieder raus, da ist das Konversationshaus, da kann man sowohl Kaffee trinken und da finden auch immer mal die Konzerte statt. Bei schönem Wetter könnt ihr euch auch einfach auf den Rang Rasen pflanzen, Picknick machen, spielen, da ist das Norderneyer Badehaus, schwimmen gehen und da ist das Rathaus der Insel. Die Stadt, der Brache sind jede Stunde weiter, eine Säule auf dem Weg, zu machen und die Stadt, der in der Stadt auf dem Weg geht. Die Stadt, der in der Stadt, der in der Stadt, dass er sich nicht mehr auf diesem Weg ist, da ist das Norderneyer, die Stadt, eine Koalige und die Stadt, die Stadt an der Allmacht, die Stadt, die Stadt, die Stadt, die Stadt, die Stadt, die Stadt, die Stadt Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020